Ähm, wir hatten doch, glaube ich, einen, 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 einen hatten wir nicht. Haben wir nicht eine Halbleiter eingesammelt? Manch. Ach, ich bin ja auch nicht im Inventar. Ich sollte mal ins Inventar gehen. Inventar! Halbleiter! Katsching! So. Äh... Jo. Oh Gott, mich juckt es im Hinterkopf. Äh, ich hab Gänsehaut am Kopf. Wie geht das denn? Das ist ja... Äh, das ist ja... Äh, das ist ja... Äh, ist das widerlich. Das fühlt sich so komisch an. Als wenn eine Katze auf meinem Kopf sitzt. Musik? Was bist du? Oh nein, du bist dieses Vieh, was auseinanderfällt, oder? Dann fall mal. Bäh. Ich hätte es nicht sagen sollen. Bäh, 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 bäh. Lad nach. Wow. Geh weg. Ey, ich hab nicht getreten. Mal komm. Ah! Dankeschön. Jetzt konnte ich gar nicht gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ich möchte nämlich jetzt mehr gucken, weil sich so viele aufgeregt haben, dass ich so wenig gucke. Aber die beiden Türen sind zu. Und die kann ich auch nicht aufmachen. Also geh ich weiter. Oh, meine Nase. Sie juckt. Nachladen. Nachladen. Ey, ich hab wieder Munition dafür. Cool. Aber nur neun Schuss. Egal. Nachladen. Und nachladen. Wo geht's lang? Da geht's lang. Wartet, 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 weil ich hab'n Plan. Ach, verdammt. Ich hab'n Domenplan. Domenplan, 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 Domenplan. Waaan. Gut. Okay, mit den Fensterscheiben komm' ich mittlerweile klar. Es gibt übrigens auch einen Erfolg, den hab' ich bei Booster Tees gesehen, wenn ich mit diesem Ding hier ein Monster an die Fensterscheibe nagle und so die Fensterscheibe kaputt mache. Hab' ich bisher noch nicht geschafft, weil, gut, ich hab's auch noch nie austripiert. Vielleicht schaffen wir das ja während des Let's Plays noch. Wenn es da lang geht, muss hier irgendwas sein. Wie? Das alles wegen stinkiger Plasma-Energie? Äh, er wollte mich doch natzen. Oh, wieder diese Schreidinger. Dafür nehmen wir mal den hier. Yeah. Lebt der noch? Der lebt noch. Ach, wisst ihr was? Ich wollte euch ja die verschiedenen Todesanimationen zeigen, das mach' ich mal eben. Wenn ich zu nah an das Vieh rangehe. Es ist schon tot. Verdammt. Oh, ich hab wenig Leben. Das ist ja auch mal neu. Ah, ich hab wieder nicht wenig Leben. Ich hab jetzt halb wenig Leben. Ach, und hier wär so'n Ding gewesen. Na, okay. Fahr' ich jetzt hoch oder runter? Ich hoffe hoch. Yeah. Yeah. Hä? Dankeschön. Das ist ja auch schon. Danke. Dankeschön. Muss ich da lang? Dann geh' ich hier lang. Weil ich muss ja alles erkunden. Toll. Oh, okay. Stase ist schon voll. Lebenenergie ist auch voll. Was ist das hier für'n Ding? Ich hab' ne Nachricht gekriegt. Ich habe Angst. Wegen der Nachricht. Hey, wie geht's? Gut. Danke. Es war keine dumme Frage, wie machst du jetzt ins Play weiter? Es war einfach nur ne Frage, wie geht's? Mir geht's gut. Danke sehr. Ähm. Trotzdem stelle ich mich mal auf beschäftigt. Warum bin ich auf abwesend? Hab ich gar nicht eingestellt. Naja. Ähm. Äh. Speichern. Werkbank. Speichern. Werkbank. Speichern. Wir spöchern erstmal. Hihi. Das Büchern. Versteht er? Hö. 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 Ah, geh. Boah, Stuhl, geh weg. Haben wir überhaupt Energieknoten, sag mal? Ich glaub nicht, oder? Doch, wir haben... Oh, wir haben zwei. Hey, hey, hey. Hey, 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 Charlie. Tempo. Äh. Okay. Oder? Was gibt noch? Nachladen? Ich würd' ja gern auf Kapazität gehen. Aber das dauert noch so... Ne, das ist so weit. Was ist das denn? Setz das Ziel nach einem Treffer in Brand. Wollt ihr mich verarschen? Hey, wer ist jetzt? Gibt's hier auch so Spezialsache? Nö. Ähm. Ich würd' sagen, wir geben... Ich will aber nicht auf Schaden. Eigentlich will ich auf Trefferpunkte. Ansonsten bringt mir das nichts. Ja, okay, dann spare ich die Knoten erstmal. Hat ja keinen Sinn, sonst find ich die immer sofort verbraten. Dann hab ich ja nie genug. Hm, hm, hm. Äh, okay. Äh, haha. Äh. Ach, muss ich vielleicht... Kann ich jetzt hier irgendwie was machen? Was steht da? Getriebe überprüfen. Ich hab den Transport gefunden, Ellie, aber es gibt ein Problem mit dem Ausklingmechanismus. Keine große Überraschung. Ich lasse sie wissen, wenn sie repariert ist. Und wie reparier ich's? Warte, was ist das denn? Kommt das hier ra... Ah. Ach, ne, aber... Warte mal. Oh. Kopf. Hä? Tschüss, Kopf. Ich glaube, das Ding kommt hier rein, oder? Haha. Ähm. Ist hier vielleicht irgendwas drin, was ich benutzen kann? Das ist ja cool. Jetzt sollte es gehen, oder? Okay, ich hab die Bahn abgekoppelt. Kommt sie jetzt auf Landeplatz. Wir sind gleich da. Los, Thor. Kommen Sie schon. Oh, oh. Oh Gott, meine Stase war irgendwie wieder leer. Was ist jetzt los? Muss ich irgendwie... Muss ich schon starten, oder muss ich warten, oder wie? Bäh. Du bist nicht die Kall! Yeah! Schrei sie an! Schrei mich an! Schlag mich! Schlag mich! Okay. Hallo. Ich kann durch das kleine Glas hier sehen. Ich hab das Gefühl, dass sie stirbt. Oh, ich muss die Tür aufmachen. Ich will die Tür aufmachen. Na, kommt rein, meine Lieben. Hey, Sie haben es geschafft. Überrascht ihr das etwa? Er starrt mich an, Isaac. Strauss, ich meine Zeit, du kannst sie mir doch zu. Hör auf mich an, du starrt! Hör auf mich so anzuschreiten, das macht mich fertig! Ich guck mal kurz, ob ich die Stimme aufnehme. Oh. Ihr habt meine Maus schon wieder gesehen. Hihihihi. Nicht witzig. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Oh nein, die Ishimura. Das ist die Ishimura. Ja. Früher der ganze Stolz der CEC. Eigentlich eine traurige Geschichte. Terroranschlag? Ich hörte, die ganze Besatzung wäre gestorben. Bei einem Terroranschlag. Te. Was? Ein terroristischer Anschlag? Was dort geschah, war kein Anschlag. Das war das hier. Was heißt das? Dort hat alles angefangen, Ellie. Alles, was hier passiert, passierte auch auf dem Schiff. Ich hab es gesehen. Ich war an Bord, als es passierte. Hey. Was ist los? Ich, ich weiß nicht. Etwas muss die Schienen blockieren. Irgendetwas hält uns fest. Tag ist ver suceder. Tag ist Fo util an den Schlussyangel. Tag ist mit deinem Being hier چface.